Internet und Youtube, zurück bei Riddick! Wir gehen zur Sache auf dem Planeten, das ist nicht schön. Herzlich willkommen Baden, nur zwischen 10 und 18 Uhr. Speichert, dankeschön. Wieso sind das auch solche Dinge? Ich dachte, ich verstehe, ich kenne mich nicht aus. Hey, Baden verboten! Na, wie ist das? Ah, ja. Hopp! Hopp-di-doodle! Ich denke nicht, dass das hier eine gute Idee ist, wenn ich springe, oder? Ich kann mir das irgendwie nicht vorstellen. Das war bis jetzt noch nie eine gute Idee und wird es wohl auch in Zukunft. Nicht sein! Shit! Ach du weißt das! Hast du vielleicht irgendwas für mich mehr? Warum er wertloser Gefangener? Und so, Denne, so lasst es mich überlegen. Ist du denn irgendwas zum E drücken? Nirgends was zum E hin? Äh, 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 äh! Runter! Komm ich schon, aber nicht so toll. Also muss ich wohl... ... hierher? Und jetzt gehe ich! Okay, alles klar. Easy. Ah, shit. Psst. Du siehst mich nicht mit einem roten Pümpel. Ich geb dir ne Überraschung. Echt's? Oh, 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 oh. Ha, du idiot. Au. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Lass mich überlegen, ich nehm die Leiter, tschüss. Stundenspät, schleichen, ich bleib jetzt einfach immer, warum soll ich die Leiche ziehen, bin ich zum Aufräumen hier? Danke nicht. Okay, dann zieh ich dich. Oh! Zu dir liegt kein Schlüssel. Was zur Hölle? Okay, dachte ich schon. Sooo... Oh, sieht gut aus. Hier komm ich doch hoch. Hier ist doch eine Leiter vor meinen Augen, oh mein Gott! Die Leiter vor lauter Bäumen liegen. So, und nun? Halt hier runter! Oder hier? Oder hier? Oder hier? Und nun? Ah, okay. Alles klar. Da war ja klar. Selbstverständlich! Alles klar, gut, 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 gut. Das klingt nicht gut. Das klingt nicht gesund. Das klingt nicht gesund. Das klingt nicht gesund. Das klingt nicht gesund. Das klingt gut. 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 Ich denke, das ist es nicht. Oh, Mann, 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 Mann. Jetzt muss es sein. Steht doch E. E. Jetzt geht's. Ach, das wäre die Hänge. Oh, mein Gott. Es ist sehr, sehr spät. Eigentlich sollte ich schon im Bett sein und schlafen. Wie sich beim braven Jungs gehört. Könntest du nur noch ein Stückchen hervorgehen, Riddick? Ein Stückchen. Warum drehst du um, Riddick? Warum drehst du dich um, Riddick? Riddick! Ach so, wenn ich nach unten drücke, dritte. Wieso machst du das? Ach so, wie kommst du auf diese Idee? Vielleicht die. Was zur Hölle? Könnte mir jemand erklären, wie ich hier springe? Könnte mir sein. Nein, Riddick. Space. Welche Maustaste? Welche Maustaste? Welche Maustaste? Wie springe ich denn? Ey! Gott sei Dank. Gott sei Dank. Was ich definitiv nicht wollte, ist zurückgehen. Lass mich doch einfach hier durch. Das kann ja nicht zu schwer sein. Das waren jetzt kleine Probleme, die wir hier hatten. Klitzekleine Probleme. Die Wop, wop, wop. Vorsichtig. Nicht zu schnell. Hey, legat auf der Leiter, was? Nichts oder nichts? Control Room. Ich liebe Control Rooms. Nur, um sicher zu gehen. So, Danny. Zapp, zapp, zapp. Schön, dass du nachgesehen hast. Okay. Alles klar. Gut, ist gut. Ich geh die Leiter. Ist mir nichts. Mir lieber. Ich sehe nichts. Ah! Ah! Ich gehe laufe. Oh, ey. Oh oh. Oh oh. Ich werde dich rächen. Ich weiß, was ich zu tun habe. Wenn ich weiß, was ich zu tun habe. Ich geh mal hier hin. Mal schauen, was hier so abgeht. Was in ist, was nicht. Was geht denn hier so? Woaw. Oh, Gott sei Dank. Alright, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Danke fürs Zusehen. Shh, macht's gut. Oh oh, geht's runter. Die ist weit runter. Oh Gott! Nicht gut. Hat das jemand gehört? Was passiert? Alles in Ordnung. Alright.